Die Markenkupplung von GDW ist die günstige Alternative zur starren Anhängerkupplung. Sie wird leicht erreichbar von hinten gesteckt. Der Arretierhebel wird durch den noch leeren Kugelkopfhalter gesteckt. Nach einem kräftigen Zug am Arretierhebel rastet der Kugelkopf sicher ein. Die Elektrosteckdose ist auf einem starren Befestigungswinkel leicht erreichbar montiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017